Was bist du denn für eine Regeltante, hm? Bist du kleine Schüttel? Jetzt bist du wach, ja? Oder doch noch nicht so ganz? Doch noch nicht so ganz, glaube ich, ne? Hm? Dann wieder umgefallen. Ja, der Pix gelandet. Und die ist immer noch sehr müde, Kalle, äh, Kalle, Pix. Ich komme hier langsam durcheinander mit euch. Hm? Wenn wir euch mal alle gleich nennen, dann wäre es einfacher vielleicht. Du hast hier ein Kartoffelohr. Bing! Jetzt ist es wieder richtig. Du Puppe. Tippel, tappel, 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 Pixelbär. Prima macht ihr das. Ganz toll. Ja. Du auch ganz toll. Das Augenkrümel, zeig mal. Ne. Weißt du nicht. Na komm, Pix. Jawohl. So ist prima. Ihr schwarz-weißen Dinger. Ne? Hast du jetzt geguckt, ja? Geguckt und für schwarz-weiß befunden? Sehr schön. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Ding, 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 ding. Das ist mein Mundi-Ohr. Falls du da jetzt gerade irgendeine Idee hattest, Pixel. Piep, Nase. Piep, Nase. Vogelt. Amst du da. Na, da, da. Amst du da. Amst du da.